herzlich willkommen leute zu blameless kann ich in deutsch stellen, ah deutsch geht auch cool so dann starten wir zusammen rein ich bin ein Architekt, Freilanzer, also ich nehme Arbeitsoffer, als sie aussehen so, wenn dieser Mann meintagelte, ich war glücklich, dass ich endlich ein Paying Job er sagt, er braucht Hilfe mit der interior des Designs für seine Haus, die er gebaut hat ich habe immer gespeichert, Leute, die machen constructionen so, ich natürlich agreed, zu kommen und schauen ich hatte bereits ein paar Ideen es war schon ziemlich late, aber er hat mir gesagt, dass ich zum nächsten Mal kommen und ich versuchte, weil ich nicht will, diese Offen ich bin da mit meinem Auto sein Haus war überall in der Suburbanerien ziemlich remote, aber mit anderen Häusern nebenbei ein ganzes Platz der Mann meintagelte an der Front Gate es war eine Temporary Fence und der Gate war mit rotten Wooden Planks er hat mich angefangen, er hat mich auf die Straße er hat mich angefangen es war weird, dass da eine große Garbage Container blockiert die Straße so wir mussten durch die Garage um in die Haus er hat mich durch die Räume so ich beginne zu schauen an einem Punkt ich sah ein Stain und auf der ersten Blick es sah wie Brickdust aber dann habe ich herausgefunden, dass es das Blut spiel auf dem Boden ich dachte, dass es vielleicht ein anderer Arbeiter war, also ich schaufe das Mann das ist, als ich sah seine Hand auf mich er hat mich er hat eine Räume vor dem ich mich zu retten er hat mich in die Hände ich muss ich habe ich weiß nicht, wie lange ich war das war wenn ich wach bin ich habe das tut Ah, das tut weh. Diese Blutstunde sieht nicht aus wie ein Resultat von einer blöden Schmerzen. Der Telefon wurde zerbrochen. Kein Weg, es wird niemals funktionieren. Rennen können wir auch, ich weiß. Okay, der Werkzeug kann ich anscheinend die Hand nehmen. Müssen wir mal hier liegen. Das ist komisch aus hier, ne, Leute? Oder ob es ne Klappe oder sowas? Vielleicht komme ich über den Dachboden weiter. Ich kann nicht weiter durch hier. Die Tür ist zu. Wie komme ich da dran? Kabel liegt hier rum. Einen Stangen kann ich damit mal machen. Es rutscht. Ich kann es nicht mit der Hand drehen. Und jetzt möchte ich was draufstecken, oder was? Oder wie? Wie? Ich könnte eventuell... Kann ich das da reinstecken? Ah, okay. Was draufstecken oder verbiegen, ne? Wie verbiege ich das? Geht doch nicht, oder? Ne. Ein Hammer? Da geht auch nix. Ah, da wird der mit einer Spitzzange, ne? Oder kann ich auch machen? Okay, kann ich jetzt gerade nicht benutzen. Was denn sonst, Leute? Was kann ich denn da noch machen? Ich muss halt irgendwie wahrscheinlich verbiegen. Oder was draufstecken. Ich muss halt irgendwie wahrscheinlich verbiegen. Ist hier noch irgendwo was rum? Weil ich übersehen hab. Steckdose. Da kann ich aber nix mitmachen. Holz. Da liegt auch nur Holzmüll rum. Steine. Ja, kann ich hier irgendwas geboren? Ah, hier ist noch Rohr. Jetzt mal gucken, wie ich denn Wirklichkeit machen würde. Ich würde da da reinstecken und würde es verbiegen, ne? Jetzt ist er fest. Was? Der ist noch fest. Jetzt ist er fest. Genau, so hätte ich es in Wirklichkeit auch gemacht. So, kommt jetzt da oben. Wo wir da reinstecken können. Können wir ja drehen, ne? Genau so. Oh. Oh, ist der Ongel hier oben? Der Ongel ist immer schlecht. Shit, es ist dark. Was war das? Was war das denn? Da ist der Unschutz gestorbt, oder? Wir gehen lieber nicht wieder runter. Wir gehen lieber nicht wieder runter. Die Brieftasche. Ein Library Card belonging to Helen Woodward, how did I get here? It's stuck underneath the beam, it's stuck underneath the beam, it's stuck underneath the beam. Okay, so I can make it a little higher, can I push it? A little higher. A little higher, okay. Gucken wir mal, was hier noch so rumliegt. Bevor wir jetzt da gucken, was wir machen müssen. Ist die Tür. Ich denke mal, das Brecheisen brauchen wir hierfür. Die kann ich zerschneiden, ne? Okay, die kann ich zerschneiden. Mit dem Wohlstenschneider. Gucken wir, ob das geht. Ich habe gerade eine Schraube gefunden. Können wir die da für nehmen? Ich habe gerade eine Schraube gefunden. Die Schraube würde ich da gerne rein machen, hallo? Das war schon richtig, glaube ich. Ich habe wieder benutzt. Die schraube beinahelt. Ich nehme keine Schraube. Ich nehme das hinzu. Ich nehme den Wohlstenschneider. Dann wendere ich da. Ein bisschen Schrauben drüber finden vielleicht, oder sowas. Hmm. Jetzt, ich glaube, das geht so, ne? Hier können wir mit dem Brecheisen arbeiten wahrscheinlich. Ah, jetzt geht's. Stehe. Nice. Cool gemacht. Also, die Rilze. Oh, der wird draußen. Oh, shit. Oh, dunkle, 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 Leute. Okay, liegt das wieder an. No way going back through here. I don't even want to go back. Eingesperrt. Da brauche ich hier einen Schlüssel zum Öffnen. Ne, ist hier auch nicht. Der Kabel geht hier hin und zur Lampe. Du wirst ja mal geben, wer hier ist, ne? Wer hier spukt. Oder ob's hier spukt. Lichtschalter. Ob die Lichtschalter funktionieren? Wo sind die denn? Krass, ich bin draußen. Alter, grad schön groß, ne? Gucken, was hier ist. Kein Lichtschalter, Kollege. Laminat. Kabel. Oh, da liegt jemand. Da ist jemand tot. Schlüssel. Es ist die Adresse dieses Haus. War sie hier auch geinigt? Vielleicht. Es ist Kabel. Es ist ähnlich wie das, was ich auf dem Boden gefunden habe. Was bedeutet das jetzt? Ein paar mehr umgebracht, vielleicht. Okay, keine Ah. Oder? Geht die jetzt? Ja, sie leuchtet aber nicht so richtig, ne? Also, hält die hoch, aber sie leuchtet. Okay. Hier ist das Bad. Scheint auch nix zu sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Schlüssel. Wofür? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal raus. Draußen ist ja gut. Da fühle ich mich auf jeden Fall sicher. Okay. Locked. Verschlossen. Gut. Wie groß ist die Karte denn? Die sieht nicht aus, ob er da rein könnte. Da auch nicht. Weil da könnte ich rein. Oder hier, ne? Ist ja auch was. Hier vielleicht. Ich hab cool gemacht. Den Weg bewegen und sowas. Ist schon ganz geil gemacht, ehrlich. So, noch mal auf den Schuppen hier. Kann man was gebrauchen. 13 July 2001. 13 July 2001. Subject. Final reminder letter. Dear Mr. Hopkin. This is to inform you that, according to our records, as of 12 July 2001, we still haven't received back the scaffolding or the three suspension ladders you borrowed from the Daredrew construction stores on 7 June of this year. Please return the scaffolding within 14 days upon receiving this letter. Should you choose to ignore this appeal, we will be passing this matter to a collection company, which will be obliged to forcibly remove the scaffolding. Okay. Also wir haben uns, oder derjenige hat sich auf jeden Fall Leitern ausgeliehen. In einem Haus, Kaufhaus, Leihhaus, und die nicht zurückgebracht. Und die würden ein Kasselunternehmen schicken, um die zurückzubringen. Hab ich nicht gelesen, was da stand. Und, aber, ich scheine zu brauchen, ne? Es geht hier um die Leitern, auf jeden Fall. Für die hier vielleicht. Ja, wahrscheinlich hier rein, ne? Mehr dunkler Wohnungen. Das müssen dann Gerüste, ähm, Regale sein. Oder halt Gerüste, ne? Oder Stahlträger. Ist da vielleicht der Schlüssel für? Wollen wir mal hoch? Ah, ne? Der geht aber nicht. Ist hier der Schlüssel für, den wir gefunden haben? Warum ist alles immer lockt? Warum ist alles immer lockt? Ah, der Bootsentschneider wäre cool, ne? Keine, ob ich da nochmal... Oh, ich könnte springen sogar. Lass ich da nochmal drankommen. Sind wir jetzt ausgesperrt, oder? Komm ich hier nochmal rein? Nee, hier komm ich nochmal rein. Wir haben Schlüssel gefunden. Wofür kann... Kann der gewesen sein? Das ist ein Rudefleck. Okay. Das ist ein Rudefleck. Im alten Haus, in meiner Reisetasche, Alter, wo ist das denn? Kann ja nicht hier sein, wir können nicht mehr zurück. Also, im alten Haus, in meiner Reisetasche. Hier rein? Warte mal. Wisse? Warte mal. Warte mal. Das ist der Weg raus. Oh, Jesus. Das... Das Ort ist schrecklich. Scheiße. Kein Kraft. Das Elektronik muss für die ganze Garage geflogen werden. Ah. Ist das hoch? Oh. 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 schuld ich hätte mir vielleicht ein anderes ende gewünscht aber trotzdem für kostenloses spiel echt cool besucht mich auf twitch leute ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten